Hallihallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Eine digitale Visitenkarte in Form von einem QR-Code ist eine ziemlich feine und praktische Sache. Wie du so eine digitale Visitenkarte erstellen kannst, das hatte ich bereits im vorletzten Video gezeigt. Wenn du es also noch nicht gesehen hast, dann schaust du es dir gerne noch an. Einige Zuschauer hatten mich dann gefragt, wie sie denn jetzt am besten dieses Bild, also diesen QR-Code mit der digitalen Visitenkarte am besten oder am schnellsten auf dem iPhone, griffbereit haben, ohne jetzt extra in der Fotos-App rumsuchen zu müssen oder vielleicht auch in der Dateien-App. Ja, und genau das zeige ich dir in diesem Video. Ich zeige dir zwei kleine Kurzbefehle, wie du Bilder, aber auch Dokumente ganz schnell direkt vom Home-Bildschirm griffbereit hast. Und das Coole ist, dieser Kurzbefehl funktioniert mit Bildern auch auf der Apple Watch, so dass du eben deine digitale Visitenkarte auch auf der Apple Watch schnell griffbereit hast oder auch alle möglichen anderen Bilder oder QR-Codes. Genau dafür verwende ich das sehr, sehr gerne, um anderen Schnellzugriff auf ein bestimmtes WLAN geben zu können, denn auch das lässt sich in einem QR-Code verankern. All das habe ich schon mal in Videos gezeigt. Jetzt zeige ich dir, wie du Bilder und Dateien schnell griffbereit halten kannst. Los geht's! Ausgangslage ist jetzt einfach hier. In der Dateien-App habe ich ein Bild, in dem Fall eben die besagte Visitenkarte als QR-Code. Und damit ich die eben schnell vom Home-Bildschirm griffbereit habe, ohne mich jetzt hier in der Dateien-App herumplagen zu müssen, kann man die App Kurzbefehle verwenden. Denn mit der App Kurzbefehle lässt sich ein Bild oder auch ein Dokument so aufbereiten, dass du es auf den Home-Bildschirm legen kannst. Das geht eben auch am iPhone und in bestimmten Varianten auch mit der Apple Watch. Und wie das alles geht, das zeige ich dir jetzt mal Schritt für Schritt. Ja, und dazu öffnest du einfach mal die App Kurzbefehle. Die ist von Haus aus schon von Apple auf den Geräten mit drauf. Und dort musst du einfach einen Kurzbefehl anlegen. Und das erreichst du hier über den Plus-Button. Ja, und wie immer gibst du natürlich dem Kurzbefehl einen netten Namen und eine sinnvolle Klüfe. In dem Fall nenne ich das jetzt einfach mal Visitenkarte Home. Und das Bild lasse ich jetzt einfach mal. Du brauchst nur zwei Aktionen, um das bewerkstelligen zu können. Die erste Aktion, mit der gibst du an, wo deine Datei liegt. Also in dem Fall tippst du jetzt hier rein in die Suche und suchst einfach mal nach der Aktion-Datei. Okay, die Aktion, die findest du dann hier. Die heißt auch tatsächlich hier Datei. Das einfach mal antippen und dann landet diese Aktion hier im Aktionsfeld. Ja, und hier hast du nicht viele Möglichkeiten. Da musst du einfach auf dieses ausgebleichte Feld drauf tippen. Und dann hast du eben die Dateiauswahl zur Verfügung. Und dann navigierst du zu dem Ordner, wo dein Dokument liegt oder auch deine Datei. In dem Fall ist es ein Bild. Und wähle das Ganze aus und tippe dann auf Öffnen. Nun ist hier sozusagen ein Link zu dieser Datei in dieser Aktion hinterlegt. Und genau dieses Bild soll ja jetzt angezeigt werden. Und das erreichst du über die Aktion Ergebnis anzeigen. Gehe dazu in die Suche wieder hier rein und gebe einfach mal Ergebnis ein. Ja, und die Aktion ist jetzt hier gleich ganz oben. Ergebnis einblenden. Das einfach antippen. Und der Kurzbefehl in dieser Variante ist schon mal fertig. Wie bekommst du den jetzt auf dein Homebildschirm? Ganz einfach. Du tippst oben auf das I. Beim iPhone müsste das unten sein, in der unteren Leiste. Und dort siehst du auch schon die Möglichkeit zum Homebildschirm. Wenn du da drauf tippst, dann siehst du nochmal so eine Voransicht, wie das dann auf dem Homebildschirm aussieht. Du könntest es hier natürlich auch noch umbenennen oder nochmal die Glüfe anpassen. Und dann fügst du hier diesen Kurzbefehl zum Homebildschirm hinzu. Beziehungsweise das Ganze nennt sich dann ein, nicht ein Link, sondern ein Lesezeichen. Ja, und dieses Lesezeichen ist wie so ein App-Icon. Das heißt, dieses App-Icon kann ich jetzt hier auch einfach verschieben. Ich kann es auch wieder entfernen. Damit entfernt du nicht den Kurzbefehl, sondern nur das Lesezeichen. Tippe ich dieses Lesezeichen an. Dann öffnet sich die Datei. Und du hast sie eben hier im Schnellzugriff. Wenn ich hier drauf tippe, dann sehe ich das Bild eben im Großformat. Übrigens lässt sich dieser Kurzbefehl oder eben das Bild oder das Dokument auch per Tippen auf die Rückseite vom Gerät anzeigen. Wie das geht, das zeige ich dir in diesem Video. Schau es dir unbedingt an, wenn du da nochmal in Schritte weitergehen möchtest. Ja, das ist die eine Variante. Jetzt könntest du natürlich vielleicht auch dich fragen, ja, was ist, wenn ich die Datei irgendwo anders hin verschiebe oder umbenenne oder oder. Dann ist es natürlich unpraktisch, die Datei explizit dort in Kurzbefehle anzugeben. Und da gibt es einen kleinen Trick. Und der Trick lautet Base64. Denn dieses Bild, das ich hier in der Dateien-App habe, das lässt sich auch in einer anderen Sprache sozusagen formatieren. Und diese Sprache kann man als Text ausgeben und diesen Text kann ich verwenden. Das heißt, ich bin dann völlig unabhängig von dieser Datei in der Dateien-App und kann dann dieses Bild trotz allem darstellen. Ja, wie geht das? Du navigierst einfach wieder in die App Kurzbefehle. Und das, was ich jetzt hier gerade erstellt habe, das können wir einfach als Grundlage verwenden. Erster Schritt, diese Datei, die angezeigt wird, diese Aktion einfach nochmal entfernen. Und jetzt gehst du hier in die Suche rein und suchst nach der Aktion Base64. Da gibt es nur eine Aktion, die genau so lautet. Und das einfach antippen und damit landet das natürlich hier drin. Also diese Datei hier, die wird jetzt im Base64-Format kodiert. Das ist ganz wichtig, dass hier Kodieren steht und nicht Dekodieren. Okay, der Rest kann so bleiben. Ja, und das spuckt dann ein Text aus im Base64-Format. Und dieser Text, den brauchst du jetzt gleich in einem Textfeld. Und damit du den einfügen kannst, brauchst du diesen Text in der Zwischenablage. Also tippst du hier rein in die Suche und suchst nach Zwischenablage. Und zwar in die Zwischenablage kopieren. Diese Aktion hier antippen und damit wird der Base64-Text in die Zwischenablage kopiert. Ja, mach das einfach mal. Das heißt, du tippst hier in deinen Kurzbefehl auf den Play-Button. Die Datei wird geladen und als Base64-Format kodiert. Das ist ein ziemlich langer Rattenschwanz an Text und der soll jetzt sofort in einem Textfeld landen. Dazu tippst du hier in die Suche rein und suchst einfach nach Text. Ja, und die Aktion, die du brauchst, lautet auch genau so Text, also nur Text. Dann tippst du das Ganze an und dann bekommst du hier so ein Feld, wo du Text eingeben kannst. Ja, und genau hier füge ich jetzt meine Zwischenablage ein, nämlich genau dieser Base64-Code. Und da ist es ganz wichtig, dass du kein einziges Zeichen veränderst, kein Zeichen löscht oder irgendwas anderes machst. Das ist ein ziemlich langer Rattenschwanz. Eigentlich nichts anderes als genau das QR-Code-Bild, was du gerade gesehen hast, nur eben im Base64-Format. Das heißt, die Aktion hier oben, um deine Datei laden zu können, die kannst du jetzt löschen, denn sie ist ja hier unten als Base64 drin. Einmal hier, das kann man löschen. Und die Zwischenablage, die brauchen wir auch nicht mehr. Und dieser Base64-Code, oder diese Aktion, brauchen wir eigentlich nochmal, aber lösche sie und suche sie nochmal, damit sie hier unten angehängt wird und das richtig die Verknüpfung herstellt zu dem Text. Suche also nochmal Base64, tippe das Ganze an, dann landet diese Aktion hier unten drin. Und jetzt muss dieser Base64-Code, muss jetzt dekodiert werden. Ja, und das erstellt aus dem ganzen Rattenschwanz an Text wieder ein Bild und dieses Bild muss jetzt angezeigt werden. Also in die Suche reingehen und wieder Ergebnis eingeben und Ergebnis einblenden. Diese Aktion verwenden. Und wenn du diesen Kurzbefehl hier ausführst, hier oben, dann passiert genau das. Es wird aus diesem Rattenschwanz sofort ein Bild generiert, das angezeigt wird. Ziemlich cool, ziemlich leistungsstark, sage ich jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Und eben, das Ganze funktioniert auch mit Dateien. Natürlich hat das alles seine Grenzen. Also wenn du jetzt eine riesige Datei hast, dann wird das natürlich irgendwo an seine Grenzen stoßen. Aber mit den Dateien und Bildern, mit denen ich es bisher gemacht habe, hat das wunderbar funktioniert. Auch diesen Kurzbefehl, den kannst du natürlich über dieses E-Menü wieder zum Home-Bildschirm hinzufügen. Damit du das übrigens auch an der Apple Watch zur Verfügung hast, musst du hier einfach nur in diesem Kurzbefehl den Haken setzen bei auf Apple Watch anzeigen oder aktivieren. Und dann kannst du auf der Apple Watch einfach deine Kurzbefehle-App öffnen und genau diesen Kurzbefehl auf der Apple Watch ausführen. Und dir wird dieses Bild, also in dem Fall dieser QR-Code, auch angezeigt. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!